so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors letztes mal haben wir die stahl mission beendet und die lanzen mission noch gemacht nachdem wir jetzt eine lanze hatten und jetzt können wir einige neue dinge uns anschauen links training zweihänder zum beispiel glaubt zwei und dann könnten wir mit dem hammer wahrscheinlich machen da soll man gleich rein kommen wir gleich rein was wir nehmen was wir kriegen wir nehmen mit was wir kriegen da haben wir jetzt hundertprozentigen zweihänder da ist da ist ja okay ja es war kein war kein ist okay aber das müssten zweihänder sein ja eindeutig ist das ein zweihänder ab dafür dann kriegt man auch mal zu sehen wie die ganzen sachen bei dem zweihänder aussehen weil die ganzen speziale attacken und so weiter wahrscheinlich wieder 300 viecher erledigen ich möchte die einer kombo normale angriffe zr statt x um einen verzweifelungsangriff auszuhören der dich jedoch temporären schaden leiden lassen wir das lieber drücken einfach nie zr das ist okay drücken einfach nie zr habe ich gelernt jetzt okay passt kriegen wir hin einfach nie zr drücken eine meiner leichtesten übungen es soll geist in der gestalt der haar ach so jahre haben wir gesehen so 400 aber wir schauen uns einmal den verzweifelungsangriff an ja er muss nicht sein wo ist der hauptmann da das war sick ach so ich kann den temporären schaden dann wieder weg machen wenn ich esse verstehe okay alles klar kollege sprich dich aus wo ist denn jetzt da drin sind sie da alle dachte ich sind hier draußen da ist die meute jetzt wieder aufgeladen wo ist der hauptmann da draußen ist einmal ganz schön zum hauptmann wenn ich glaube wenn ich den erledige spawnt mehr zeug sehr schön wir kriegen ja normales wild haben wir doch auch für irgendeine mission gebraucht hier drin sind die wieder hier drin sind die wieder jawoll seit ist die hälfte abgelaufen und wir haben gut die hälfte schon erledigt das ist okay wenn wir so weitermachen funktioniert das ja das hat mich in die haupte das schmerzt das schmerzt das schmerzt so muss das dumm ist nur die einen sind irgendwie drin und die anderen sind draußen von diesem haunt ja da da drüben ist das nur noch eine riesige menge gehen erstmal da rein also muss ich die menge gar nicht scheiße es wird knapp wenn sich so ganz viele wieder nachkommen wird es knapp muss ich ganz schön aufpassen jetzt haben wir wieder a voll wo werden jetzt ganz viele um einmal rein zu knallen ja ich bin ja dabei okay da draußen es wird knapp es wird knapp es wird richtig knapp 40 noch 30 oh boy kochst du ne richtige menge ne meute da 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 drinste noch ein paar nein aber das könnt ihr nicht bringen es sind einfach zu wenig auf einem haufen nein es reicht nicht nein zu wenig die sind halt nicht die sind halt leider nicht so aaaah ich komm hier nicht ran die sind halt leider so verstreut und wissen das ist blöd die sind einfach mit dem er ist es ist einfach nicht aus ich sollte die attacke immer für die hauptmänner nutzen ansonsten sollte ich die attack einfach lassen da ist der nächste gleich jetzt sind wir irgendwie viel mehr da kann es sein oder bitte ich mir das ein joe ich meine guckt euch das an da jetzt gerade wie der wind verfügbar was okay was habe ich da freigeschaltet scheinbar aber bevor die hälfte der zeit rum war hat mir gerade mal 200 und dass sie da draußen ist der nächste hauptmann ganz schnell hinten sind dass der weg ist sammeln mit seiner meute und tschüss ja das ist doch nicht also das sollte jetzt funktionieren ich kann mir nicht vorstellen wird die hälfte der zeit ist erst gleich rum da hatten wir vorhin noch nicht mal 200 als an dem an dem punkt ich weiß gar nicht was ich von gemacht habe dass das umgedröntet haben jetzt haben wir schon knapp 300 und noch mal die hälfte der zeit kein problem ok 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 aber jetzt wird es trotzdem wieder weniger dann man merkt das schon ok man merkt dass es jetzt weniger werden und man die erstmal wieder finden muss alle aber da hinten sind ganz viele und hier ist die gefänge ok hier muss ich rein trotzdem schaffen wir es diesmal auch wenn es auf ende zu wieder recht wenige werden die man am stück hinkriegt und das muss man dazu sagen und das muss man dazu sagen und das muss man dazu sagen ok 30 noch ja da ist nochmal eine richtige kleine menge aber die max abschließt schon nochmal spannen das muss man muss man zugeben die fünf stück noch ach jetzt muss ich gegen daro kämpfen ok kann man machen wenn wir mal machen Okay Na komm ich wollte gerade die dings anschauen die spezialattacke dann halt nicht so ich muss mal kurz ein stück trinken ich bin müde nach dem part schluss wir machen jetzt halt in dem part noch so ein paar die ganzen missionen die noch aufgegangen sind die wir machen können also bitte keine story in dem part erwarten sondern ich schaue dass ich so sagen wie trainingskram freischalte ist so was war das ist ja auch immer wichtig aber story machen wir jetzt nicht mehr weiter das ist das nächstes mal geht es ums band schwert nehme ich an wenn wir den wald der crocs kommen und die müssen das befreit aber insgesamt wird sein da um das ach nicht schon wieder ich will nicht verkaufen dann würde ich doch jetzt lieber eine waffe zu viel dann würde ich doch jetzt am ehesten da würde ich doch jetzt am ehesten einfach was verbessert aber ging dann halt nicht blöd blöd gelaufen blöd gelaufen okay da muss ich echt darauf achten dass wenn ich zu viele waffen habe dass ich vorher einfach meine hauptwaffe verbessere das wäre sinnvoll okay hier ist ein herz das können wir noch nicht machen hier ist was zum kochen das kann man machen ich meine ich ich kaufe die rezepte aber ich benutze sie nicht das ist halt auch interessant aber was soll hier war auch etwas mit kochen da war das mit dem enzian erst mal okay hey link herzen plus eins sehr schön jawohl da war das mit dem genau das war die war die ich bin schon wieder stärker geworden länger komboangriff das geht auch es scheint funktioniert zu haben noch mal länger komboangriff das wäre eine mission tägliches training ordi na komm gehen wir rein ich kann nur mit link spielen okay ja dann auf geht's stopp war falsche waffe jetzt habe ich noch den hammer ausgewählt jetzt habe ich noch den hammer ausgewählt stopp zurück kommando zurück oh mein gott kriegen wir das jetzt mit dem hammer hin ich wollte jetzt doch nicht mit dem hammer kämpfen ich wollte jetzt doch nicht mit dem hammer kämpfen kann ich denn noch wechseln kann die waffe nicht wechseln ich gebe dich zum ziel ist alles ich kann mich nur zum ziel begeben wenn ich die erledigt habe so ist es jetzt übrigens natürlich kein problem gegen ordi zu kämpfen weil es ist jetzt ja nicht story relevant in dem sinne es ist ja wirklich training und wenn die das als training bezeichnet dann sie sich umlegen lassen okay gut ist okay na aber wenn man halt das ganze auf der anderen sicht betrachtet ach komm wenn man das ganze aus der anderen sicht betrachtet dann was wollte ich sagen wenn man es aus der story sicht betrachtet wollte ich sagen äh dann wirkt es da halt schon ein bisschen anders ich glaube ich kriege ihn einfach überhaupt nicht klein was zur hölle man also sein schild nicht ich kriege ihn halt so klein okay sei es jetzt offen hier danke ich hoffe dass wir uns ordentlich wehtun oh da drüben ist rivali habe ich gerade gelesen ich muss jetzt gegen rivali kämpfen wieso geht das nicht auf ist da noch einer oh Mist das ist jetzt ungünstig muss ich erstmal wieder mein a aufladen sonst komm ich überhaupt nicht hin na wobei ich mir auch so ordentlich schaden mache das ist doch auch mal den angriff wow jetzt sind wir den angriff auch einfach nicht nein rivali ach so aber die zeit ist die zeit ist okay die zeit ist nicht mehr relevant sehr gut ich bin nur noch herum rivali zu besiegen was die geschichte jetzt nicht so einfach macht aber gut das war nicht so klug das war nicht so klug okay okay und gleich gibts auf die kütze hier aua für mich allerdings erst mal aua so jetzt hier jetzt sehen wir den angriff endlich mal mensch zack und gleich hinterher hälfte ist down jo wo bist du aua nice sehr schön ordentlich drauf das war nicht was ich wollte ja ja sehr gut nein es hat nicht gereicht falsche dicks so geht's auch so geht's auch zack noch ist es nicht vorbei doch rivali doch das ist es ja für dich das war nicht was ich wollte ich will drei hallo was war das denn jetzt für ein quatsch okay aber ich habe noch mal getroffen zack sehr schön sollte die magie öfter nutzen weil das gibt das sorgt dafür dass die schilder so schneller runtergehen das ist voll gut das ist voll gut so das war das tägliche tronig tägliche tronig der ordentliche genau das tägliche training der ordentliche hat wieder zu viel war h ich hasse alles wieso denke ich denn nicht nach sowas kann weg exalanz habe ich bekommen 13 ist die und das ding hier ist ja da kann ich exalanz aber trotzdem halt weg dann hat die irgendeine bedeutung ah ist das alles doof so ist egal wir hauen jetzt das da weg ok ich muss wirklich daran denken waffen zu verbessern immer wieder ah ist das dumm mit dem trage limit hoffentlich kann man das durch crocs auch wieder erweitern aber wir müssen erstmal den wald der crocs freischalten das machen wir nächstes mal theoretisch weil wir dieser mission das oh ne die ist direkt die nächste aufgetaucht über die hebraberge ja jetzt jetzt nicht jetzt gucke ich mich erstmal auf jetzt gucke ich mir erstmal auf was ich noch alles freischalten kann todbringer schlucht ist auch eine neue mission das sind alles missionen ne impasse training mysteriöses verschwinden das sind alles missionen das ist schon klar ich will ja so freischaltdinger machen ok das geht nicht das geht zweihänderlängere komboangriff dann kann ich nur zu zweihänder halt nicht außer jetzt gerade wo ich den hammer hatte das geht nicht das geht nicht geht auch nicht oh gott gezählt das geheimtraining würde gehen klar geht das ist eine mission aha erweiterung der handelsmöglichkeiten du hast es geschafft was kannst du so für mich was haben wir im stall des waldes können wir momentan kein händler anwesend ja moin erstmal freischalten und dann nichts kaufen können sehr gut überlass mir den nächsten kampf daro kerzen plus 1 gut nehmen wir mit steuere varudania das ist eine varudania mission ja let's go es gibt auch noch einzelmissionen mit den titanen ok das ist cool ok das ist richtig cool ist das dann mit story oder auch wirklich nur eine mission Entschuldigung wir werden es gleich wissen we will know it very soon we will know it very soon right now zack yes ha alles weg metzeln hier oha guckt euch die karte an es geht wirklich einmal komplett ausgerufen ich nehme an ich kann mich immer nicht zwischendurch heilen also sollte ich schon jetzt aufpassen dass wir hier ordentlich aufräumen wenn es so weit ist ich mache hier nämlich ich kriege hier nämlich gerade ordentlich Schaden das ist nicht was ich bestellt habe konnte ich noch mal abwehren ach ell gegenangriff ich lese es gerade da oben ja genau dieses ding Aua Hilfe das klappt wir überhaupt nicht immer abwehren da ok aber der Hagel ist ganz gut weil hier sind viel zu viele hier sind viel zu viele ich komme hier überhaupt nicht durch ich komme hier drücke ich überhaupt nicht durch ich habe jetzt schon fast die Hälfte der Rekki verloren das ist nicht gut das ist nicht gut wo laufe ich? hallo ich kann nicht drehen aahhh das war die falsche Taste ach jetzt geht auch noch auf Zeit oder was? ach ich soll Gegner besiegen jetzt lese ich das erst jetzt lese ich das alles erst ich soll auch noch Gegner ich sage die muss da einfach den Weg ablaufen nein die soll Gegner besiegen 4000 Stück das habe ich doch gar nicht mitbekommen hier wieder jetzt haben wir 3000 aber das reicht nicht wir kommen überhaupt nicht voran ich bin gleich tot ich bin tot ja toll keine Chance ich darf da jetzt kein einziges Mal noch getroffen werden kein einziges Mal ich müsste jetzt alles abwehren ab jetzt weiß ob ich das hinkriege es ist nicht mehr viel Zeit und es ist vor allem nicht mehr viel Energie übrig das ist das Problem wie ich hatte die Sind wir überhaupt noch Gegner? Sind gar keine Gegner mehr, kann das sein? Scheiße. Scheiße, ich sollte gar nicht hier hin zurückgehen, es ging um die Uhr, es ging um die Anzahl, ich hab das nicht gerafft. Ups. Lost. Ich hab das nicht gerafft, verdammt. Ich hab da gar nicht so viel Punkt. Ah, das war dumm. Das war komplett dämlich. Jetzt wissen wir es, wie es geht. Ich mach doch gegen Ange, ich komm nicht... Ich wär's doch, ich versuche es doch ab... Und ich kann nix drücken. Wie wär... Oh, dieses Gegenabwehr-Ding, ich versteh das gar nicht. So, jetzt zurück, oder wie? Zack. Das klappt halt überhaupt nicht. Komm mal, dieses Gegenabwehr-Ding einfach nie vorbei. Das ist furchtbar. Okay. Aye, aye, aye. Okay. Ich hoffe, ja. Also, langsam verstehe ich, wie das mit dem Abwehren funktioniert. Ja, 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 okay. Alter, das hat ordentlich gescheppert. Nice. So, aber dieses Mal darf ich keine Gegner auslassen, übrig lassen. Mist! Jetzt habe ich dich. Nein! Nein! Okay, dieses andere Problem gerade. Okay, ich glaube, wir haben alle schwierige Gegner durch. Jetzt kommt nur noch die Meute. Das sollte reichen. Das sollte es gewesen sein. Come on! Come on! Yes! Oh Gott! Uff! Ja, super, den Vulkan erforscht. So erforsche ich auch immer Vulkane. Genau so. Oh mein Gott! Das heißt, zu Baruta wird es auf jeden Fall auch wieder eine Titanien-Mission geben. Okay, die hat jetzt auch nichts Neues freigeschaltet. Die war einfach da. Gut! Das geht. Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Was haben wir hier? Gebet für eine sichere Reise. Stall am Berge. Aber da ist auch gerade wieder keiner. Einfach kein Händler. Da ist jetzt ein Händler. Okay, da gibt es so Stuff. Ja, ist okay. Das geht auch. Nice. Was immer es ist. Wir sehen es gleich. Das sollte nützlich sein. Nie verlängere Kombo-Angriffe. Ist klar. Da ist die andere Titanien-Mission. Aber hier habe ich jetzt keine Lust zu. Die Gerade hat mir gereicht. Bin ich ganz ehrlich. Die Gerade hat mir Dicke gereicht. Okay. Wir haben einige kleine Missionen noch. Das heißt, einige. Wir haben sehr viele kleine Missionen noch. Aber ich denke, freigestellt haben wir jetzt soweit alles, was wir freischalten können. Ja, das geht alles nicht. Da haben wir jetzt gerade nicht die richtigen Sachen. Aktuell. Können Sie wahrscheinlich einfach schnell kaufen, das richtige Zeug. Und dann würde das gehen. Aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben. So. Also. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Wir schließen hier ab. Das war die falsche Taste. Ich will eigentlich. Achso. Genau. Da will ich hinten speichern. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.